hallo youtube doch das ist so wieder ein klassiker oder klassiker weil wir einfach alle über mir seid auf elmer im letzten pass war ich über euch deswegen frage ich habe ich habe jetzt fünf sind gemacht in der runde ich sage ich bin auch im ladebildschirm also jetzt eindeutig geil ich gehe dort hin da muss ich aufdecken ja ich muss auch noch aufdecken habe ich gar nicht ich finde ich finde dieses feeling oder man baut sich einfach durch die wände rein oder macht die kisten kaputt ja aber das ist langweilig dieses agenten ist das von dem agenten zeug warst du noch nicht in der mitte daco daco leckt zum teil wieder lande bei loki leuchtturm ab regie und mountain k ok ok das muss ich irgendwann auch noch machen da müssen wir auch ist das eine schurk ach so ne der wird oh hier landen auch welche das lecker ich gehe runter zu dir bei mir dirty dogs oder was ja ich muss halt aufdecken ne hilfe was ich wo ich hin soll äh ich fliege erstmal zu dirty dogs dann zu spät für mich da landet auf jeden fall einer bei den kränen zwei drei äh ach komm morgens einer von mir das ist gut los er läuft hier wirklich rum weil er jetzt mit nichts anderes aus Ihr kennt das zwei Teil, den Schwellen nervt er Haha hier unten steckt ihn da fest So ich hab gleich den ersten Kill Ich wollte ja eigentlich auch natürlich doch, aber das war dann zu spät Ich hab nen Kill und ihr so? Ich bin tot Warum? Ich wurde vom Brutus gekillt Und wenn Darko es schafft, die Karte zu holen, ich bin direkt am Bus Ich glaub nicht, dass ihr das schafft Ich hab sowieso gerade Selbstprobleme Darunter kann man nicht so einfach Was macht denn ihr? Das hat denn das Spiel Dein Handy, Melvin? Nicht meins Das war diesmal Darko Wo ist, wo ist der Melvin? Beim Versteck Gott, schaffe ich nicht Ah, ich schaffe ich nicht Okay Sorry, Melvin Ja, alles gut Ich glaub, dann wär man auch nur gestorben Ich hab Der Ene rennt da hoch, okay Der hat Angst vor mir Ich hab vor mir selbst, nimmst du Angst Ich glaube, wir sind sogar mitten in der Zone, ist er noch besser Besser wäre, wenn ich ne Pilschelbeerde Oh, das ist der Name, ich meine Liebe Melvin, du hörst das auch, ja? Nicht nur ich. Ja. Okay. Du lagst, Darko. Du lagst. Ja. Frag mich nicht, was das war. Ich bin einfach gerade üben, weil an jedem Gerät, was ich habe. Bei irgendjemandem ist das Handy hier. Ich sag doch Darko. Besser? Ja. Ja. Das war, weil ich gerade, weil das WLAN ausgemacht habe. Hat auch nur ein Ding. Wenn ich so zur Seite gucke, kann ich aus dem Fenster lunzen und sehe richtig hübsche, schnieke Frauen. Das ist der Vorteil. Ja, das Problem ist nur, die sind alle vergeben. Ja, ich brauche es aber auch. Ja. Ich will mal kurz was trinken. Ja. Also, ich frage mich, was ihr habt. Ich finde nur blaue Waffen gerade. Ich finde nur einen Muni. Ja gut, die fehlt mir dann natürlich. Aber erst mal drei Biggies im Gepäck. Oh, und eine epische Kiste. Nice. Oh, was Goldenes. Das ist bei einer epischen Kiste nicht verwunden. Manchmal kriegst du auch nur lila Sachen raus. Aber es ist eine Goldene, Ska. Ist dieser Sprengstoff eigentlich gut? Welcher Sprengstoff? Fernzündladung. Na ja, den kannst du irgendwo platzieren und halt aus der Ferne dann zünden. Wenn du Glück hast, erwischst du damit jemanden. Ja, okay. Kein Bock. Zug mich. So. Also, für Fernkämpfer ist das schon gut. Gut, da ist gebaut. Da war also schon jemand. Hier unten ist ein Boot. Boot. Ich hab sechs Minis, aber ich hab kein Biggie. Dann komm zu mir. Ich hab hier noch ein Biggie. Ich hab drei Stück. Ja. Okay, wieder kein Glück. Na komm, sind nur noch vier Spiele. Ähm, vier Spieler sei schon. Was? Lila oder Goldene Ska? Was? Ich hab eine Goldene Ska. Ich bin eigentlich so wie Melvin und sterb schon. Ich bin ja gar nicht mehr. Man kann jetzt gar nicht mehr abgesnipert werden eigentlich. Es gibt trotzdem welche, die das hinkriegen. Ähm. Wie? Die machen das mit einer ganz normalen Waffe. Die haben dann, äh, äh, ähm, so einen riesen Monitor, dass die da sonst was wie weit gucken und die stellen dann auch den, ähm, Zoom ein im Monitor, beziehungsweise, sie haben so eine Art Lupe auf dem, im Bildschirm drin. Was gesagt. Ja, die benutzen normale Spiele, um, äh, also normale Sachen vom PC, um Vorteil zu haben. Aber hey, ich hab einen Kill. Ja, ich hab zwei. Also, so. Du hast doch bloß gegen Bots gekämpft. Ja, du doch auch. Außerdem weiß ich nicht immer, ob du hast, Bots. Der eine hat nämlich, eigentlich besser als ein Bot gebaut. Vielleicht haben sie ja neu eingestellt. Die Bots lernen. Oh, äh. Oh, jetzt hab ich noch ne lila Namen. Oh, 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 oh. Ich bin ein bisschen Eik. Äh, Eik, kannst du mal kurz schauen, wo die sind? Ähm, ich bin gerade nicht bei dir in der Nähe. Was? Peter, was? Ach, das sind böse Leute. Ich bin gerade nicht bei dir in der Nähe. Was glaubt, dass es böse Leute sind? Oder es gibt. Ich bin an der Tanke. Oh, das ist von einem Verräuber. Äh, äh. Ach, lol. Hä? Wo bist du denn hingelatscht? Ich bin nicht hingelatscht. Ich bin durch den Klo gegangen. Äh, geil. Ach so, die Zone kommt. Ey, das merke ich mir. Das ist ein Bösenversteck. Ja, ich bin... Ach, nö. Will der mich jetzt in die Luft jagen? Ah. Oh, Mann, Eik, wo war's? Ich bin auf den Klo gegangen, um mich zu verstecken. Und dann war ich... Ja, und dann war ich auf einmal sonst irgendwo. Und hier waren welche. Oder? Er war in einem Untergrund oder so. Tatsache. Ah, blauer Schleim! Ähm, ist der ohne? Ja, ja, lass, komm. Schade. Aber ich hab noch eh'n genug gehabt. Geht das jetzt eigentlich mit meinem Internet? Ne, du lagst immer noch zwischendrin. Ja. Geht das jetzt. Bis zum nächsten Mal.